schau mal fix also wie acht du scheiße alter bruder was ist das für ein pack alter 3000 points einfach alter 380k 3000 points ein hero mit 86 plus und 30 80 plus spieler 3.000 fifa points helden suche pack 30 seltene goldspieler mit 80 plus und ein hero mit 86 plus wir schnacken hier nicht lang rum wir gehen reinkommen schon freunde wir gehen rein und gönnen uns den guten hero bitte bitte gönnen uns was wer ist das rechts mittelfeld england nein wer ist das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus wer ist das okay der sohnein und der hero bruder das ist ja scheiße 30 euro für das pack oh nein ist das scheiße pack boah boah ne das ist es nicht 30 euro nee ein workout ohne aua aua wenn jetzt wieder rush kommt dann ist vorbei alter wenn jetzt wieder rush kommt na gott sei dank gott sei dank nicht in rush alter kommen schon weiter geht's ukraine jeff schengo gibt es und nein bitte nicht ja gut ok 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 ich bin so nervös tschechien netwert nee gut 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 serbien wie den schnee kein verteidiger bitte ich will einfach nur kann verteidiger aufziehen bitte nicht gut schweden larison nee oh mein gott diese informe diese informe so nein digga mexiko wer ok glaube ich sogar würde ich mal zocken ok schade weiter geht's grad den schub kann ich schon wieder schuka ja nicht schon wieder schuka let's go ghana wer ist jenner geil na schade ich hab keine ahnung wo wir reinstatten sollen wir machen wir machen unsere deutschen freunde weg freunde wir gehen auf verteidiger keiner mittelfeld pavlovich starker mann stürmer es soll krass sein es soll krass sein mit morgen und klose ich glaube das funktioniert halt gar nicht na ich glaube das wird halt gar nicht funktionieren sollte mal raus tun dann stellen wir mal den king hinten rein zack weil der push die nämlich alle instant gut ist man so und jetzt müssen wir mal schauen wir hätten noch die coins für beckham theoretisch also 400k und 200 das werden noch 600 k theoretisch ich finde die doppel 6 ganz cool wir könnten natürlich auch mal den garte testen den ich habe wäre auch eine idee nicht mehr cool glaube ich aber wir haben ein klose jetzt vorne drin die wir mal zocken icon aber für 600 k wahrscheinlich netten da gibt es nur defensiver gibt es nichts wurde sagt die auch die hast du richtig bock na ich hätte als stamm bock auf muss ja eigentlich ich hätte schon bock auf muss ja labe also erstens war können uns den ich leisten wenn ich mal jetzt wie sie dann schon leute überhaupt noch der kollege ich könnte mir leisten wenn ich den muss ja da hierhin stelle kostet angeblich 460 k muss ja da muss ja da rein dann brauchst du halt das problem dass du halt sonst gar nichts aus der liga hast du könntest theoretisch für alison können es denn ein neuer hinstellen und perfect link neuer haben es auf pull moment alter moment mal das können scheppern war da mal wir haben jetzt jeden auf full gerade und müssen jetzt eigentlich nur noch an zähler dahin stellen aus der mls am besten für die morgen weil die will ich schon weiter zocken hat die für stats eine verkehrten setz für jährlich und dann klatschte als manager klatschte dann klatschte dann die dinge hin die hier ich sei nicht auf full beide nur einer nur auf zweites als scheiße er habe vor freunde ich würde sagen das team baumer so oder haben wir hier zwei dribbel starke spieler sehr sehr geil die können die bälle hier durchstecken wir haben mit kloser an area plus spieler super müssen mal schauen wer die freistöße schlägt und so klar aber das wird freunde das wird nice machen wir so nice